In Mexiko ist ein Hubschrauber mit Innenminister José Francisco Blake Mora abgestürzt. Lokale Medien berichten, dass die Maschine beim Überflug über die Stadt Morelos im Süden des Landes aus nicht bekannten Gründen vom Radarschimp verschwand und am Boden zerschellte. Offiziellen Informationen zufolge gibt es keine Überlebenden, mehrere Leichen sollen an der Abschutzstelle geborgen worden sein. Der Helikopter soll bereits beim Start Schwierigkeiten gehabt haben.